Nice, good job, Dream, best AWP-Player ever. Ich denke, das ist bei mir. Ich habe etwas Essen und ich muss jetzt gehen. Ja, Mann, wo ist mein Kill hin? Na, die Killz klauen, du Pipi. Mal eben noch eine Waffe gedroppt, nicht wahr? Man muss sich ja auch mal mit seinen Mates verstehen können, ne? So Kommunikation zwischenmenschlich. Also zwischenmenschlich ist sehr wichtig heutzutage im Spiel. Früher, da konntest du ja, da konntest du ja, äh, ha! Aber jetzt... Weihnachten being a bitch like him. So eine Heulsuse, oder? Ich guck, dass von City keiner kommt, wisch? Sonst heißt es nämlich wieder... Und da mein ich wer, der, der Idiot ist, ne? Naja. Alter, wir spielen jetzt schon acht Runden. Ich habe keinen Kill. Vielen Dank, mein Freund! Hat er das gesehen? Das Kind gerade eben noch so... Und er... Ich gucke mit, ich gucke mit, hier ist alles gut. Und von wo bin ich gebumst? Bitte! Beste Mates ever! Immerhin habe ich einen ersten Kill, von daher kann schon mal niemand mehr sagen, ich wäre schlecht. Jetzt hier in der neunten Runde mit einem Kill... Läuft bei mir, ne? Es läuft! Mütter smoked, alter. Wisch, warum? Weil sie Probleme hat. Kommt am Weg. Nein! Nein, der Komponente! Wisst ihr, wie scheiße das ist? Klar, der Mate muss sich verstecken mit seiner AWP. Verstehe ich voll und ganz! Aber warum in der M4 nicht 800 Schuss in einem Magazin drin sind, weiß ich auch nicht. Bei bestem Willen nicht, meine Herren. Okay, ist bloß... No. Okay. Man nannt ihn auch das Kind. Es roch ziemlich geschwind aus seiner Unterhose, denn es war ein kleiner Matron. Labe ich hier überhaupt, Mann. Ich muss doch gewinnen! Okay, ich habe hier eine Waffe ohne Skin. Passt mal auf, das wird ein Header ohne Ende. Bam, 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 bam! Bam, Alter! Oh, nein! Das kam jetzt aber spät, gell? Ah, gone! Die regen sich hier über den Grünen auf. Warum regt euch... Hört doch jetzt mal auf, euch so... Behindert aufzuregen! Vor allem, wenn nicht jemanden, der schlecht ist, sage, er ist schlecht, dann wird er doch meistens noch schlechter. Dann denkt er sich, fuck, Mann, mein Leben ist beschissen. Man muss die Leute aufbauen und sagen, nice try, gut gemacht, alter, super delicious. Junge, das war Cheeseburger. Cheeseburger ist was, was gut ist, wissen ja viele nicht. Drop top, please. Fuck you, little kid. Ist halt auch behindert, wenn Leute meinen, dass die Schlechten die Waffen nicht verdient haben. Voll bescheuert. Nice, good job, Green, best AWP-Player ever. Abgeranzte Hundefi- Wie kann man nur so räudig sein? Please, can you play better? Ja, please, play little kid. Der Fizzy, der kleine Squeaker. Can you please play better? Wie heißt, ich battle mit dem Grünen, Alter. Gleich kommen noch so Wörter wie Dummkopf oder Schleimknödel. Warum dürfen Kinder... Warum? Warum spielt der hier? Wahrscheinlich wird er zu viel von seinem Vater gef... Ich finde, so nach außen bin ich einer der umgänglichsten Spieler. Ich verstehe gar nicht, wie man mich beleidigen kann, überhaupt. Ich kann es nicht nachvollziehen, wisst ihr, ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, easy peasy, wem's green. Fuck, ich mach die fettesten Calls, ja? Die geilsten Taktiken, den krassesten Scheiß. Hab halt manchmal Pech, und dann heißt direkt... Ich schmeiß jetzt Mon Molly, do. Ich bin da in front of Bing, Green, I need help. Es ist so herrlich. Die Team killen sich, die sind behindert. Also, dieser eine, dieses Kind, vom Kind geht's aus. Das ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass es von diesem Scheißkind ausgeht, wirklich. Fuck, man! Er geht mal direkt hin, da! Er ist so ein Glückspilz, ne? Er spielt, er tanzt im Glück. Tanzt im Glück. Das Kind ist schon am Flüstern. Playtime! Oh! You made nice! Doch, nicht. Please don't get me. Please. Borene, Borene. I draw, okay? Just... Bye, bye, bye. You fucking dingled my fucking red daughter. Das Kind wurde einfach gekickt allein. Ich fasse es nicht! Müssen wir jetzt kaufen, schnell! Swordmeister. Forsten, gell? Ah, so edel. So edel. Dieser kleine verwichste Squeaker kommt noch in meine neue... In meine neue Sache. Das wissen ja viele nicht, aber ich bin ziemlich cool. Das Kind ist weg. Wir können jetzt in völliger Ruhe spielen. Wir haben uns zwar gerade eben verloren, aber... Jetzt haben wir Waffe. Jetzt haben wir Waffe, Kinders. Es geht los. Es geht jetzt gerade mal Zappalot los. I fuck the grenade fire. Ja, ja. Easy, man. Okay. Looks good. I've got a plant. Ah! Ah! Wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich stehe da drin. It's getting hard in here. So hot! Und dann bin ich tot. I catch a grenade. Hey! Warum habe ich jetzt diesen verschissenen Ohrwurm? Ich habe das Lied noch nie gehört. Noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich hier singe. Eine Aneinanderreihung von... Hundesöhnen. Voll die dumme Idee, was ich hier gerade mache. Aber es ist super umgeschätzt. Niemanden getroffen, aber ich lebe auch noch. Das ist schon mal gut, ne? Was treiben wir hier für ein undurchsichtiges Spiel? Immerhin habe ich genug Munition in meiner Tekna. Oh! Da kam er noch mit einem Knife. Aber wie ich ihn weggepimmelt habe mit der Tekna, wie sie heißt. Äh, Mac-Ten. Ist die Mac-Ten geil oder was? Das ist schon ein ekliger, ekliger Lose hier gerade, ne? Also man muss schon sagen, ich bin letzter. 10, 18. Kein Stern. Fünf Assists. Alles klar. Wie findet ihr das, wenn da so verschissene Wichskröten mitspielen? Das ist doch ultra nervig, oder? Ich meine, es gibt coole Kinder auf jeden Fall. Aber es gibt größtenteils nur kleine Pisser.